Bewegte Bilder sind das effektivste Arbeitsmittel in der modernen Unternehmenskommunikation. Hier die zehn wichtigsten Videoformate kurz erklärt. Videotutorials beschreiben ausführlich die Funktion oder auch die Installation eines Produktes oder einer Software. Ein Videotutorial ist so etwas wie ein verfilmtes Produktmanual. Anders als in einem Handbuch lassen sich komplexe Abläufe sehr viel nachvollziehbarer darstellen. Außerdem sind Kunden in der Regel eher bereit sich ein kurzes Video anzusehen als ein umfangreiches Handbuch zu lesen. Nutzen auch Sie die Vorteile von bewegten Bildern. Wir helfen Ihnen gerne, erklären Ihr Produkt, Ihre Dienstleistung, Ihr Angebot so, dass es bei Ihrer Zielgruppe gut ankommt.